Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Na, Stefan, hast du dir beim Sternschnuppen-Flashmob heute Nacht auch was gewünscht? Hä? Es waren besonders viele Sternschnuppen zu sehen. Meine beiden Wünsche sind eine Schokoladendiät, bei der man ein Kilo am Tag abnimmt und dass keine meiner Freundinnen was davon erfährt. Anke, wenn mein Wunsch in Erfüllung geht, werde ich dich bestimmt sehr vermissen. Einmal die Vier und den Stern. Moment ja mal bitte, Stefan, es gehen ja nicht alle Wünsche in Erfüllung, sonst wäre ich als Frau vom neuen Bachelor- und Sänger-Astronautin viel zu überlastet, um mich um meine beiden Einhörner zu kümmern. Also heute Nacht waren übrigens bis zu 120 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen. Stefan, ich bin mit meinem Freund heute Nacht extra raus ins Feld gefahren. In einer dunklen Umgebung kann man nämlich besser schnuppen gucken. Der kann ja froh sein, dass er dich hat. Weil ich mich auskenne? Nee, du bist doch nicht ganz helle. Martin hat siebenundachzig Euro, sammeln Sie Astro-TV-Punkte, haben Sie eine Saturn-Card oder sind Sie im Ment-Club? Ment-Club? Wo die Sterne herkommen, diese Firma-Ment. Oh, Altes Tanke in der FFA Morning Show mit Daniel und Julia.